Ich hätte echt nicht gedacht, dass er das macht. Mit dem, weißt schon, die Fingerspitzen und Zehen verschmelzen. Wusstest du, was er meinte mit die Schuhe zieht eure Schuhe aus? Ja, geh etwas schneller, okay? Okay. Weißt du, es hätte schlimmer kommen können. Er hätte auch die Human Centipede-Sache durchziehen können. Nein, nein, Gary, Satan, kennt diesen Film noch! Human Centipede? Was ist das? Oh, Human Centipede, das ist so eine schräge Dokumentation, die ich gesehen habe, mit einem deutschen Wissenschaftler. Der nimmt einen Asiaten und zwei nackte Mädels und näht sie zusammen. Mund am Arschloch. Und die essen dann gegenseitig ihre Fäkalien. Das ist wissenschaftlich möglich, sich von Fäkalien zu ernähren. So zwei Monate lang sind genügend Nährstoffe drin. Scheiße. Ist ziemlich gut, wird dir gefallen. Arschloch an den Mund? Mal ausprobieren. Ja. Oh nein, wir werden Fäkalien fressen. Warum muss ich jetzt auf einmal pinkeln? Ich hab schon. Ich würde gern wissen, ob unsere Schwänze vernäht sind. Sind sie? Ja. Das ist was ich, ich sit on you, sit on you, sit on you. Das ist was ich, ich sit on you, sit on you. Right on your lap. Ich hab ökale, ich hab ökere.